Hallo liebe Moviepiloten, es ist Donnerstag, ihr wisst ganz genau was das bedeutet, Ahsoka Time auf Moviepilot. Ich habe das Staffelfinale, ich denke nicht, dass es das Serienfinale war, gerade für euch gesehen. Was ich von der Nummer halte, das verrate ich euch jetzt. Doch Achtung, hier wird es immer wieder zu Spoilern kommen, was Star Wars und Ahsoka angeht. Bitte, bitte, bitte sei euch dessen bewusst. Und alles was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Ich glaube damit wurden all Systema slamed. Legen wir los. Bevor ich mit dem Ahsoka Finale loslege, möchte ich euch noch auf ein ganz besonderes Event aufmerksam machen. Am 13. Oktober startet eine Frage der Chemie auf Apple TV+. In der Serie dreht sich alles um Elizabeth Zod, gespielt von Brie Larson, die in den 50er Jahren den Traum hat, Wissenschaftlerin zu sein, diesen allerdings leider auf Eis legen muss. Als sie dann aber einen Job als Moderatorin für Kochsendungen annimmt, gelingt es ihr tatsächlich mehr Leute mit ihrem Traum zu erreichen und sehr schnell bringt sie den Zuschauern nicht nur Rezepte näher. Am 10. Oktober gibt es ein Pre-Screening der Serie und das im Delphi Filmpalast in Berlin in der Cannstraße. Das ganze beginnt um 19.30 Uhr. Einlass findet allerdings schon um 18.30 Uhr statt. Mehr Informationen zu dem Event findet ihr in der Videobeschreibung. So viel zu einer Frage der Chemie, legen wir los mit Ahsoka. Ok, Endspurt, Endspurt, Endspurt. Wir haben mal wieder das Finale einer Star Wars Serie, obwohl ich wirklich nicht glaube, dass das das Finale von Ahsoka wäre. Weil wenn das das Ahsoka-Finale komplett wäre von der gesamten Serie, wäre es ganz schön ernüchternd und nicht gerade spektakulär. Ja, aber für das, was es ist, es hat sehr viel Action und es baut einen Cliffhanger auf für was auch immer als nächstes kommt, ich glaube nicht daran, dass das nur eine Season wird. Das muss weitergehen. Aber ok, springen wir dann direkt in die Episode rein, denn die Episode ist eigentlich Non-Stop-Action. Es ist ziemlich cool zu sehen, dass Ezra Bridger jetzt sein eigenes Lichtschwert zusammenbastelt und Hugh Yang ihm dann auch sagt, ja du machst das nicht richtig, von wem hast du es denn gelernt und Kanan wird nochmal erwähnt, das fand ich ganz schön, denn Kanan wurde gefühlt in der ganzen Serie nicht erwähnt. Ich meine, es gab ein paar Callbacks, aber ich dachte mir, wir sehen sogar seinen Sohn und ich finde es schön, dass er zumindest gewürdigt wird. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und Ezra, so sehr ich meine Probleme mit ihm hatte in der letzten Folge, hier fühlt er sich viel mehr an wie der Ezra Bridger, den ich kenne. Ja, ein bisschen älter, aber er war der Ezra Bridger, den ich kenne. Aber ich habe eine Frage, ich weiß gar nicht, ob ich die euch stellen sollte oder einfach googeln sollte. Seine Augen, seine Augen, die sind so grün, dass ich mich frage, haben die das mit CGI gemacht oder hat der Schauspieler wirklich so stechende Augen? Finde ich wahnsinnig spannend. Naja, ganz egal. Wir haben wieder Thrawn und was ich ja an Thrawn mag, ist die Tatsache, dass selbst wenn es für ihn nicht gut läuft, verliert er nie die Kontrolle und er sagt, ja also es handelt sich hier um die Schülerin von Anakin Skywalker, mit der werde ich nicht verhandeln, die werde ich kaputt machen. Und direkt lässt er Ahsoka, Sabine und Ezra angreifen und ich muss sagen, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass wir hier einfach diesen Großadmiral haben, der eine Bedrohung ist, wie ich sie liebe bei Star Wars. Das bedeutet eine psychologische Bedrohung. Er muss sich den nicht im Kampf stellen, im Kampf wäre er so tot. Das ist so ein bisschen wie Hans Gruber und John McClane in Die Hard. Die beiden müssen sich nicht wirklich treffen, er ist eine andere Art von Bedrohung. Aber Elspeth wird jetzt zu einer vollwertigen Night Sister gemacht und ich fand das Ritual cool. Generell, ich finde diese ganze Nummer mit den Night Sisters wahnsinnig spannend, dass es jetzt halt Hexerei bei Star Wars gibt. Nicht erst jetzt, wurde ja ein Clone Wars eingeführt, aber das in Live-Action zu sehen, hat noch mal was anderes und es ist so eine Welt von Star Wars, die nie wirklich detailliert erkundet wurde. Und das jetzt zu sehen onscreen macht Spaß. Ich hoffe, dass wir mehr davon sehen, weil es ist eine Welt, wie gesagt, innerhalb von Star Wars, die ich nicht wirklich kenne. Aber ja, dann tun sich Ezra, Sabine und Ahsoka zusammen. Deren Ziel ist es tatsächlich, da einzudringen in diese Festung. Slash, das Schiff von Thrawn und auch der Weg dahin, wenn sie da hinreiten. Ich muss sagen, das CGI hat ein bisschen zu wünschen übrig gelassen und die reiten da auf diesen Hyänenwölfen, die ich cool finde. Hashtag Hyänenwolfe ist cool. Findet ihr die auch cool? Ich find die cool. Na ja, ganz egal. Die werden direkt angegriffen von dieser Einheit von Thrawn und ich so, ja okay, ist ein Stormtrooper, wie gefährlich sind die schon? Und wir sehen das Übliche. Obwohl ich muss sagen, ich weiß auch nicht, wie es euch geht. Sabine wieder in ihrer mandalorianischen Rüstung zu sehen, komplett mit Helm und so weiter und so fort. Ich so, ja, das ist die Sabine, die ich kenne. Ich hab nie gebraucht, dass sie auch die Macht beherrscht. Ich hab nie gebraucht, dass sie auch Jedi, nicht jeder muss Jedi sein in Star Wars. Das heißt, eigentlich gefällt sie mir besser als mandalorianische Kämpferin. Aber ich mag das hin und her zwischen ihr und Ahsoka. Erst recht, wenn Ahsoka auf dem Dach sitzt, wie so ein alter, ja, Jedi-Meister oder auch in alten Samurai-Filmen, so einem Schneider sitzt, ich fand das eigentlich ganz cool. Die Serie hat definitiv ein paar ästhetische Momente. Aber ja, wir sehen tatsächlich Ezra mit Lichtschwert, Sabine mit Lichtschwert und mit ihren Blastern und Ahsoka und ganz ehrlich, Ahsoka ist hier einfach nur Prime. Wenn sie die einfach nur zersäbeln, ich meine, es wird nicht blutig, aber wir sehen tatsächlich harte Schnittwunden bei den Stormtroopers und auf einmal haben wir Zombies. Ja, wir sind jetzt bei The Walking Star Wars, denn diese Night Sisters beleben diese Stormtrooper wieder, immer und immer und immer wieder, es ist wie so ein unfairer Cheat in einem Videospiel und ich muss sagen, das war eine Bedrohung, wie ich sie bei Star Wars nie kannte, denn eigentlich sind nur so drei Helden, denen total überlegen, aber weil die eh immer wieder zurückkommen, ist das was, wo ich mir dachte, kennt ihr nicht Zombie-Film-Regel 101, man schießt den in den Kopf und dann ist vorbei, ich frag mich, ob wenn man den Kopf abtrennt, ob die Night Sisters das dann immer noch drauf haben, keine Ahnung, aber es kommt zu einem Duell zwischen Ahsoka und Elspeth und ich muss sagen, die Choreo war die beste Choreografie dieser Serie, weil die Serie kriegt ja ein bisschen auf die Mütze, dass die Schwertkämpfe so ein bisschen langsam sind und eher langatmig, wenn man so an die Prequels denkt und wie schnell und durchchoreografiert das war und in den Sequels war es eher wie in der originalen Trilogie, hier probieren sie die Bewegungen hinzukriegen aus den Prequels, aber nicht in der Geschwindigkeit, wie man es kennt aus den Prequels, aber der Kampf hat mir richtig gut gefallen und das ist auch ein geiles Rematch, weil die beiden haben sich ja schon mal auf die Fresse gehauen in Mandalorian und dann kommt's, Ezra Bridger und Sabine probieren halt auf dieses Schiff zu gelangen und benutzen jeweils die Macht, um dem anderen dabei zu helfen, sind dann da oben auf diesem Turm letztendlich, ihr wisst schon, da wo dieses seltsame Ritual war von den Hexen, da wo Baelin und Shinati in Empfang genommen worden sind und da haben wir auch den finalen Fight zwischen Ahsoka und Elspeth, die wirklich gekillt wird und ich so, ja okay, ich fand sie als Charakter-Eni wirklich interessant, aber sie hat wenigstens einen coolen Tod gekriegt und hier dachte ich mir, okay, wenn sich Ezra und Sabine nochmal wehren gegen ein paar dieser untoten Troopers, sind es richtige Zombies, oder? Ich meine, habe ich das richtig verstanden? Der eine macht, hat er probiert sie zu beißen, wenn er sie beißt, ist sie auch ein Zombie? Hm, keine Ahnung, aber ich finde es interessant, es ist was Neues bei Star Wars, assoziiere ich Zombies mit Star Wars? Nein, aber es ist neu, es ist irgendwie spannend und es gibt Hexen. Hey, Halloween Season, vielleicht hätte ich das Halloween Intro benutzen sollen für diese Episode. Ganz egal, letztendlich entkommt Ezra, Sabine bleibt aber zurück und will Ahsoka helfen, das heißt, die kämpfen sich da irgendwie durch und Thrawn gelingt es tatsächlich mit diesem Eye of Sion, glaube ich heißt das, zu entkommen, das heißt, sein Plan ist aufgegangen, er hat diese Runde im Grunde genommen gewonnen, weil Ahsoka und Sabine sind jetzt gestrandet auf diesem Planeten und machen sich ihr Zuhause bei den Schneckenmenschen. Okay, das heißt, die haben Ezra eingetauscht gegen Ahsoka und Sabine, aber das Coole ist, dass Anakin Skywalker's Geist die beiden beobachtet und ich so, wenn er wirklich immer wieder Leuten erschienen ist, können wir das kriegen, dass wir ein bisschen Vater-Sohn-Zeit kriegen, verlorene Vater-Sohn-Zeit zwischen Luke und Anakin. Ich meine, der muss 20.000 Fragen haben, was seinen Sohn betrifft und umgekehrt, der muss 20.000 Fragen haben, was seinen Vater betrifft, deswegen, ich würde mich freuen, das zu sehen, es wäre für mich nicht mal Fanservice, es wäre für mich voll wichtig, weil die beiden haben sich gerade erst vertragen, da war Vader tot und jetzt zu sehen, dass die beiden wirklich interagiert haben, obwohl Anakin hätte dann Luke auch davor bewahren können, so ein Loser zu sein, wie er es in The Last... Seht ihr diese Sequels? Ich sehe, da enden wir und das macht mich jedes Mal sauer. Ansonsten, Shinati bleibt auf dem Planeten und schließt sich diesen Banditen an, was bedeutet das? Ist sie jetzt böse? Ist sie gut? Ist sie irgendwo in der Mitte? Das Spannendste ist das Balen. Balen findet tatsächlich so eine Götterstatue von Mortis und das war so ein ganz geiler Ark in Clone Wars. Ich so, okay, er sucht nach seinem ganz eigenen Weg, diesem Ur-Jedi-Tum. Ich meine, er hat ja gesagt, er mag die Idee, er mag nicht die Umsetzung und das ist so spannend, aber das ist das Einzige, was wir von ihm sehen in der Folge und leider haben wir ja Ray Stevenson verloren. Das heißt, das muss man trotzdem irgendwie auserzählen. Ich glaube, man muss den Charakter tatsächlich neu besetzen, damit wir hier Antworten kriegen, weil damit machen sie einen Fass auf. Das ist das erste Mal, dass so Mortis in Live-Action gezeigt wird und Ezra kehrt zurück, trifft Hera. Das ist ganz süß, dass wir so eine Mini-Rebels-Reunion haben. Chopper, Hera und Ezra, wenn er da als Stormtrooper erstmal reinfliegt, den Helm abnimmt, fand ich süß, alles in allem. Es ist eine gute Folge, sie ist definitiv Action geladen. Ich meine, es war nonstop, pew, pew und bzzz. Aber so richtig viel Story-mäßig ist eigentlich nicht passiert, weswegen ich davon ausgehe, dass wir tatsächlich noch eine zweite Staffel brauchen. Weil wir können jetzt nicht direkt übergehen in diesen merkwürdigen Mando-Verse-Film. Nein, eigentlich müssten wir jetzt eine zweite Staffel kriegen, aber es ist krass lustig, dass die beiden da jetzt auch gefangen sind. Kann man die jetzt einfach zurückholen? Ist es jetzt möglich? Wissen jetzt die Rebellen slash die Nicht-Rebellen slash die Armee der Neuen Republik? Okay, wenn wir mit den Wahlen schmusen, können wir dann da hinfliegen? Ich weiß es nicht. Deswegen, ich bin sehr gespannt, ob sie das erklären, wie sie das erklären. Ich habe gar keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Nicht mal ansatzweise, aber ich weiß, Thrawn is back und das wird ja sowieso irgendwie enden in diesem großen Film. Alles in allem hatte ich Spaß mit der Nummer. Das war jetzt kein phänomenales Finale, aber es hat Spaß gemacht. Für das, was es war, hatte ich definitiv Fun mit der Nummer, aber es war jetzt auch nicht etwas, wo ich sage, oh mein Gott, ich will wissen, wie es weitergeht. Oh mein Gott, habt ihr das gerade gesehen? Nein, ich dachte mir, ihr hättet Rick Grimes gebrauchen können, denn der kann mit Zombies umgehen. Das sage ich euch. Und das sind meine Gedanken zu Ahsoka Folge 8. Jetzt frage ich euch, wie steht ihr zu der Nummer? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.